Jetzt die Schiesingenböller von Leslie, 200 Stück haben wir hier verarbeitet, die zwei Hexenringen. Mal schauen ob das alles funktioniert. Hoffentlich. Brauchst du ein zweites Feuer bei dir? Drei, zwei, eins. Ah scheiß drauf. Wird schon irgendwie gehen. Da ging glaube ich fast alles los, oder? Ne, ein paar einzelne liegen hier noch rum. Ah hier liegen noch einige einzelne rum, aber hat schon mal gut, hatte echt gut Dampf. Die sind schon gut für die Größe. Aber sind eigentlich fast alle losgegangen, jetzt auf ein paar vereinzelte. Geil. So, ein 5er Hexenring von der Lady Cracker von Pure Factory. Neuheit in dem Jahr. Also für die Menge war das schon ziemlich leise. Mal wurde angeschossen, aber den Dreck, das ist gleich verursacht. Krass. Mal der Rauch. So, es gibt hier noch eine Knallkette, oder eher so ein aufgestapelter Hexenring. In dem Fall ist hier mehr ein Haufen. Von den Dragon Bombs. Suchen mal zeitgleich zu zünden. Erst bis Feuerdorf. Okay und los. Der Kack will jetzt so eine Scheiße. Das war nicht schlecht ausgesehen. Das hat alles funktioniert, oder? Ja, ich muss noch. Bis auf die zwei. Aber sonst alle. Ja. Ordentlich. Ja, egal. Feucht. Hier jetzt die Mikros Backlog Knallkette. Keine Ahnung, von Blackbox. Schaut mal das Ding hier schön aus. Hat ja wahrscheinlich eh kein Herz, kein Crackling Herz oder was auch. Passt, Spische und виде. Ich frage mich mal da. irrigationg corro. Ja, die sind Anh wert. war schon nicht schlecht mit dem punkten so celebration cracker xxl von leslie in der mitte haben wir das herz mit einer knallkette von black box verbunden die dinge sind auch ab noch mal laut celebration cracker überall die rote fetze so hier ist eine knallkette von den kobra minis die sind heftig schlaut vor allem die wirft es dann auch so in der gegend rum das ist von funke eine kleine knallkette mit matchtape übrigens die raibies wow ist schlecht so knallkette von der king eigentlich nur vier stück die sind richtig dumpf aber die waren noch heftiger wie die funke ja aber sie schauen nur die heftige killer charge aus 2015 so hier ist drei bies alles schön in einer riesen knallkette mit match noch eine knallkette die knallkette Oh, die brennt aber schnell ab. Und die nächste Knallkette. Miauts, genau. Das steigert sich jetzt von Knallkette zu Knallkette. Jawohl. Boah, richtig so ein Tropfen an den Oberschenkel bekommen. Das gibt ein Blut. So, das war das letzte Kette. Der Qualm ist ab normal und hier kommt auch noch Rauch raus. So, die letzte Kette 1960er Bühne von Fire Event. Das ist genau das Finale. Jetzt an der Schulter. Warum wird eigentlich immer ihr Abfluss? Krass. 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 Krass.